An deiner Stelle würde ich mir um Bärchens Nervensorge machen. Ist ein bisschen Reiz bei der Gute heute. Ja, weil du so aggressiv bist. Kommst du mit deiner Laune rein? Hey, meine Laune ist super. Na, Glückwunsch. Du hast es wieder geschafft. Was ist denn los? Ist doch sonst nicht so. Ja, war's wohl. Sie sind sieben heute. Hätt's mir mal vorher sagen können. Bis ich es sonst so'n Frauen verstehe. Weißt du was? Du hast ein Problem. Bist auf einmal ganz anders drauf. Du hast es immer noch nicht verstanden. Nein, du hast es nicht verstanden. Du tust mir leid. Hattest du deinen Mann für eine Jüngere verlassen, oder was? Du warst ne Wette. Du kleine Büchser. Xiao. Tchaik. Mandy Pond. Tchaik. Untertitelung. BR 2018